Aha, da ist er, der Perle. Hier. Hier ist die Straße, die bin ich das letzte Mal mit meinem Auto längs gefahren. Das habe ich aber diesmal nicht gemacht. Ich habe ein Auto oben an der Straße geparkt, wie angesagt. Dann gehe ich das einfach hier, das Stück. Mein Gott, die zwei Kilometer, die tun nicht weh, ne? 3. Scheiß drauf. Ja, fantastische Gegend, fantastisches Wetter. Fünnstens spät unterwegs. Scheiße. Ein bisschen Wind, aber nicht zu doll. Perfekte Wunderbedingung eigentlich. Wir haben das heute am besten. Ich habe mich jetzt auch nicht warm eingepackt, wenn man noch nicht spürt. Kein Bock, dass ich mir den Tor eingepackt bin. Ist das auch okay? Ja, wenn es was Spannendes zu berichten gibt, dann melde ich mich. Tschüss. Hier ist der Ort, wo ich das letzte Mal, glaube ich, gestanden habe. Hier vorne. Und hier bin ich so losgestiefelt bei 44 Grad Außentemperatur. War ein bisschen Tohorti, ne? Ja, jetzt bin ich. Versuch Nummer 2. Schon so ein bisschen noch mehr. Hier vorne gerade so eine Familie getroffen. Die fragten, wo ich hin will. Dann sag ich zum Lowell Wash und dann sagten sie, das ist Spaß. Die müssen uns genießen. Das tue ich auch. Da unten ist der Wash. Der Wash, der Wash. Der Lowell Wash. Ich habe es gleich geschafft. Jetzt geht es runter. So, dann wollte ich mich mal den Wash hocharbeiten. Mal gucken, was mich da so erwartet. So, war jetzt 40 Minuten unterwegs von der Straße. Ist doch eine ganze Ecke zu laufen. Aber mit meinem Auto hier, mit meinem Spider, der so tief liegt, dass das Kirche nicht hier längst zu fahren. Hier sind doch einige Schlaglöcher. Man hätte es versuchen können, aber dafür ist das Auto zu teuer. Wenn da was passiert, dann gehe ich lieber die paar Meter zu Fuß. Was soll das Scheiß, ne? Die Sonne ist schon ordentlich tief. Seht ihr das? Egal. Gut, in der Zeit ist es jetzt 2. Also eineinhalb Stunden habe ich noch. Dass ich mich um halb vier wieder auf dem Rückweg mache oder so. Vor allem um halb fünf wird ziemlich dunkel, ne? Hier muss ich über dem Schrauber. So, ich melde mich wieder. Also Wash. Hier muss ich Befeibel zeigen. Vielen Dank.